Es war alles zu viel. All die Erinnerungen schossen mir da durch den Kopf. Das kann man nicht erklären. Bei jedem Rennen bin ich nervös. Manchmal ging es heftig zu. Das ist seine Zeit. Ich hatte alles zunichte gemacht. Es war so emotional. Viele Leute haben keine Ahnung, was es braucht, an die absolute Spitze zu kommen. Vielen Dank.